Der Wind pfiff übers Meer und peitschte Flora Gischt und Regen ins Gesicht. Sie grinste und rannte vom Hof den Hügel hinunter, was bei ihr inzwischen als Pendeln durchging. Gut, es war eisig kalt, obwohl ihre riesige Steppjacke sie ja perfekt isolierte. Trotzdem würde sie diesen Weg auf keinen Fall für eine Fahrt in der überhitzten, vollgestopften U-Bahn eintauschen, wo ihr die Menschenmassen entgegenströmen würden. Heiß, kalt, heiß, kalt, Gedränge und immer noch mehr Menschen. In London hatte sie ständig mit Geschrei und Streitereien und zu nah auffahrenden Autos zu kämpfen, mit Gehupe und Konflikten zwischen Fahrradkurieren und Taxifahrern. Im Hintergrund dröhnten dabei Züge, der Wind wirbelte Gratiszeitungen, Fastfoodverpackungen und Zigarettenstummel auf und trug sie die Straße entlang. Nein, dachte Flora, selbst an Tagen wie heute, behaltet eure Pendelei gerne für euch. Sie fehlte ihr nicht einen Moment. Aus Annies Küche fiel bereits das Licht golden nach draußen. Das Café bestand aus einem schlichten großen Raum, in dem zehn bunt zusammengewürfelte alte Tische kunstvoll angeordnet worden waren. Die im Moment noch leere Theke würde sich bald unter Scones, Kuchen, Quiche, selbstgemachten Salaten und Suppen nur so biegen, die Jona und Ayla hinten in der Küche gerade zubereiteten. Mrs. Laird, eine Bäckerin von der Insel, brachte jeden Tag zwei Dutzend Brotlaibe vorbei, die im Lokal ziemlich schnell weggingen, und die Kaffeemaschine lief ohne Unterbrechung von morgens bis abends. Flora konnte immer noch nicht so recht glauben, dass dieses Café wirklich existierte, und das dank ihr. Die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte erfüllte sie nicht etwa mit Trauer oder Verzweiflung, sondern mit großer Freude. Und dass sie zu Hause das alte Kochbuch ihrer Mutter wiedergefunden hatte, war wirklich eine glückliche Fügung gewesen. Es hatte sich wie ein toller, verrückter Zeitsprung angefühlt. Im Nachhinein erschien Flora das alles so offensichtlich, als hätte sie gar nicht anders handeln können. Es kam ihr vor, als sei das hier ihr Zuhause. Und die Menschen hier, an die sie sich noch aus ihrer Kindheit erinnern konnte, inzwischen älter, aber mit denselben bekannten Gesichtern, von Generation zu Generation weitergegeben, gehörten genauso zu ihrer Welt dazu wie eh und je. All das, was in Floras Universum von Bedeutung war, Joel, ihr Café, die Wettervorhersage, der Hof, die Frische ihrer Ware, war irgendwie viel wichtiger als der Brexit, die Erderwärmung, das Schicksal der Menschheit. Es war nicht unbedingt eine Abkehr von der Welt, eher eine Erneuerung ihrer selbst. Jetzt hatte Flora ungewöhnlich gute Laune, als sie ihre McKenzie-Familienbutter aus dem Kühlschrank holte, so cremig und salzig, dass man für einen Toast sonst eigentlich nichts weiter brauchte. Ihr Blick fiel wohlwollend auf das sauber aufgereihte Steingutgeschirr, das hier auf der Insel hergestellt und gebrannt wurde. Es stammte aus der Produktion eines neu Zugezogenen aus England, der auf der Insel in einem Cottage wohnte, noch weiter oben als die Höfe. Er brannte die robusten, schlichten Becher in Erdtönen, Sand, Grau und Braun, in einem Ofen hinter dem Haus. Mit ihren dicken Böden und den etwas dünneren Seitenwänden, die nach oben hin etwas zuliefen, waren sie perfekt, um darin einen Kaffee-Latte lange warm zu halten. Im Kaffee gab seit einiger Zeit ein höflicher Aushang darüber Aufschluss, dass die Becher auch zu verkaufen waren, sonst steckten die Kunden sie nämlich heimlich ein. Für Geoffrey an der alten Straße zum Macbeth-Hof hatte sich dadurch ein schöner neuer Nebenverdienst ergeben. Gerade als Flora das Schild an der Tür zu »Geöffnet« umdrehte, teilten sich die Wolken und es sah fast so aus, als würde man heute zusammen mit dem orkanartigen Wind auch ein paar Sonnenstrahlen abbekommen, als er ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Ab dem Blick auf die Seite. Anerkenn Satisfression Alle Methoden die Daten